konsequenterweise hier noch mal ein ich habe keine fackeln mehr oder so das ist auch eine idee zwischen das andere verhandeln die besseren fackeln muss hier noch eine hin und hier müsste ich noch ein bisschen holz hin damit sie noch welche rankommen du wirst den eingang dunkel lassen das reicht so glaubt wenn du meinst und dann haben wir ihn noch darauf noch ob es wiederholt sich hier und und 222 und zwei und zwei und zwei das zeug und stein machen mache ich woraus die christo wenn du heute brauchst und ich was mache holz abbaulen gehst zum baum und brauchst den baum ab wenn du glück hast kürze 2 das habe ich noch nie gekriegt das hast du schon gekriegt das siehst du aber grüne fäden sind christmas bei den braunen bäumen okay hier hinten zum beispiel bei mir ich habe doch hier schon die bin ich jedoch hier genau den jünger hier es habe ich zwei sind bei uns kann man dann wahrscheinlich verarbeiten so es dürfte nicht fürs erste reichen so sehr schön wird auch im spiel langsam kluster so aber ich lege auf lo Ups. das bruch ich leh dafür das haben wir drüben in der truhe truhe haben wir nicht mit rüber genommen das machen wir die tür zu dir sonst kommen die monster rein macht jetzt noch ein bisschen back gehabt das was wird jetzt mitnehmen lena wollte ich mitnehmen aber da haben wir kennen es meine truhe das mit dem leder passiert dass du das schon verbrauchte was wir auf das kraften und krieg neues leder her gegner töten lässt sich einrichten du sagst das gegner töten der wird sich aber ziemlich ein lichtender strahl am himmel lasst mich nur der haut mich einfach ich brauche glaube ich mehr dafür zwei leder brauche ich noch einen noch so ein kleines viechtöten ist doch hier überall die fies leder oder bringt das nix die zu töten die schweine die gelben fischer nach der tour an die haben auch länger sehr gut noch mehr leder so ein bisschen raum verschönung hast du mein hast du meinen tisch entfernt skandalös so habe ich das jetzt wahrscheinlich in dem magsack sehr schön lass das stehen ich sagte lass das stehen was ist dein problem das mein zwichter stehen ich wollte den schönen tisch dorthin bauen was hast du mit meinem tisch gemacht verbrannt habe ich mir so viel mühe gegeben skandalös hier ich werde mich dafür ich bin mir das ich bin mir das verbunden Niemals Jetzt komm Leg dich schlafen Du Sack Wie lange stehen wir eigentlich noch? Ein paar Minuten können wir noch Ein paar Minuten Ich mach mal kurz das Licht an Bei mir ist gerade ziemlich dunkel So jetzt seh ich auch mal endlich Welche Taste ich auf der Tastatur drücke Besser für die Augen Dann kann man die Kiste herholen Das wäre keine schlechte Idee In der Tat ist du das schon Wo ist die Kiste hin? Wer weiß dann wo was? Du vielleicht Auch ein Baby Töte es Niemals Wie kann man die denn füttern? Kann man die irgendwie füttern Und dann Ja Für sich gewinnen Musst du die Glocke craften im Inventar Die Glocke Die kann man schnell anklicken Damit man keinen weiteren Punkt verpasst Das muss ich auch Das muss man machen Die Glocke Hinten Tempel Swords hab ich hier Sieht ja interessant aus Wo ist denn die Glocke zu finden? Bei Tools Bei Tools sagst du Und bei welchen Tools? ist. Ein Crafting Menü. Da bin ich drin. Da war mein, da war Explorer, da haben wir Builds, da haben wir Ranch, da haben wir Tinkern. Und runter scrollst. Dekorativ, Explosiv, Crafting Tools haben wir hier. Lightning Positions, Armor, Storage, Blueprints. Ich fürchte da habe ich auch noch nichts. Ich habe noch nicht freigeschaltet. Mining Cells, hier habe ich Crafting Tools, Lightning Potions, Swords, Armor, Storage, Dekorativ Container, Blueprints, Explosives, Dekorativ, und Furniture und Premium. Tja, nichts mit Glocke. Ja. Ah, Glocke. Ich müsste es auf dem Boden legen. Nur wenn es mir geben willst. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Wir müssen irgendwann noch ein Clou craften. Achso, das Toilettenpapier ist explosiv. Na toll. Ich würde es gerade platzieren. ... Aha. Glocke, Glocke, Glocke. Warst du die Glocke her? Ich blick's gerade nicht. Ich hab das bei mir nicht. Ich hab das noch nicht freigeschaltet. Das scheint nicht zu gehen bei mir. Ich bin noch nicht so weit wie du. Ist nicht. Wo treibst du dich wieder rum? Ja, ich hab dir hier nur eine direkt vor Füße gelegt. Mhm. Aha. Hübsch. Hast du gleich den Elch hier gezähmt? Ich will ein Schweinchen haben. Oder so ein süßes kleines Dingchen. So ein Babyleaf hier will ich haben. Schwein. Aha. Es trifft mich an. Lass mich in Frieden. Wie zähl ich dich jetzt? Na, du willst die Glocke aus? Ja. Und wenn du dann drauf bist, kannst du. Also wenn du mit dem Haustag dann auf das Tier drauf bist und dann mit links klick. Und dann aber gedrückt halten. Das ist ein Timer halt. Mhm. Ach komm. Der läuft zu schnell weg. Das ist ein Babyleaf hier oben. Ich seh's doch. Dich hole ich mir hier geblieben. Ist ja noch schneller weg. Nein. Das zu zähmen könnte sich jetzt schwierig herausstellen. Und echt. Hab ich's jetzt schon gezähmt? Oh, sehr schön. Da greift mich wieder was an. Die Mutti greift mich an. Ah, sehr gut. Okay, was kann ich dir zu essen geben? Eine Blume. Hm. Na, folge mir. Ach süß. Ist das nicht putzig? Das ist mein Haustier. Nicht mein Haustier töten. Lars. Nicht böse sein. Lässt du mein Haustier in Ruhe. So gehört nicht ins Haus. Klar doch. Das ist mein Haustier in Ruhe. Ich mach dein Haustier kaputt. Ich mach mein Haustier kaputt, ey. Wo ist dein Haustier? Dein Haustier ist das hier. Das ist das große Ding hier. Das sind alles meine Haustiere hier. Na, sehr gut. Ich mein, es ist viel süßer. Mit F interaktieren und dann aus Stay gehen. Dann läuft es dir nicht mehr hinterher. Dann bleibt es auch am Ort stehen. Soll mir aber nachlaufen. Das soll es nicht. Glaub mir. Dann bleib halt hier. Ach süß. Schläft. Ja gut. Was machen wir jetzt mit der... Was kann man mit der Wand machen hier mit der... Ich hab doch hier noch so eine... Die, die du mir jetzt geklaut hast, so eine Leinwand gebaut. Was kann man damit machen? Nichts. Irgendwie gibt es hier doch... Da gab es doch irgendwas, womit man mitmalen kann. Ich hab noch hier Farbe gecraftet. In dieser Cannabis-Wahl kann man doch irgendwas... Cannabis-Wahl kann man doch irgendwie was malen. Oder nicht. Wie die hier. Und nun... Kann man angeblich bepinseln. Die Wand. Was machst du denn da? Wieso stellst du das Ding auf den Tisch? Das ist doch hier... Na toll. Jetzt hab ich die Glocke in der Hand und kann nichts mehr abbauen. Und noch was. Die Glocke müsste ich mal ablegen. Wie lege ich denn die scheiß Glocke wieder ab? Was? Achso. Sehr gut. Paint steht auf... LFT-CTRL. Aha. Ah, okay. Da kann ich noch nichts mehr machen. ich hab noch keine farbe es ist fünf uhr müssen wir dich mal schluss machen der muss halt auch einkaufen das muss man das gibt es auch nichts wo nichts mehr da ist ja dann machen wir schluss oder was haben wir ja schon unser kleines kund und du hast was kann ich fliegen kann ich nicht in der kostenlosen version konnte das auch was muss ich dafür machen und ich will ich mir das ja ich lass mich doch mal in ruhe hier ok hier gibt es das nicht in der lobby gibt es das nicht im workshop eigentlich hier gibt es nur gebäude im workshop ja gut fliegt du noch ein bisschen rum ich bleibe dann boden ständig ich sage schon mal durch nach oben so zu sich gefallen haben erst dann oder von der seite das sagt jetzt sage ich jetzt immer am ende von zwei parts wahrscheinlich was ihre 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 finde ich gut kannst du dann sagen ja dann ich würde sagen schon beim nas vorbei aber bei dem gibt es noch nicht so viel zu sehen auf dem kanal da gab es mal was denn auch hier nicht auf sonst könnte es bei sich aus seiner perspektive auf hochladen auf seinem kanal habe ich immer vorgeschlagen zum auch betraut und springen dann mal ich habe hier gerade ein bisschen und abgebaut ich mache hier alles kaputt muss man die wand fixen ich habe hier keinen block mehr für die wands ach so ein mist was für für welche wand ich habe die wand kaputt gemacht auch gut wo ich ja bis durch den block ne das ist das falsche so repariert so habe noch einen schönen tag und wir sehen uns im nächsten in der nächsten aufnahme im nächsten part wieder mit laus wie bett gesprünge ich muss dann wirklich mal weg deshalb lassen wir es jetzt auch mal beenden wir die aufnahme du mal hier mit stemmen du mich immer hier am töten ja die kommentare bitte